Herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Heute geht's in dem Wolkenhort. Wie hätten wir das Sia als Auswahl? Ich nehme aber wieder Volga, weil ich Volga cool finde. Und Sia, mega langsam. Attacke. Aber wer hat sie gesagt? Sia fragte. Die Inhabitanten von Skyloft waren sicherlich überwunden. Viele denken, dass der Ende des Welt war in der Hand. Fai, ein Servant der Goddessen, kämpft mit den Menschen, aber die Wäste nicht zuhörten. Eine große Schmerz würde bald überwinden Skyloft. Doch Sia keine Wäste für die Wäste, sie begann formulieren ein Plan. Whatever being had brought these creatures to Skyloft, would make a powerful Servant. Sie würde es nicht subjugieren und machen es ihre eigene. Launching herself into battle to defend Skyloft, Sia looked for an opportunity to weaken this dark power. Und dann add it to her forces. Der Dunkelführer ist, ja wer ist das wohl? Das ist natürlich Ghirahim, den wir dann heute treffen. Mit dem coolen Wolkenhort, mit der richtig coolen Musik. Also diese Stage macht irgendwie nur gute Laune mit der Musik, das ist richtig schlimm. Eigentlich passt das gar nicht. Die morden an Riesenmonster, ich würde sie gerne alle zähmen, aber das wird selbst alles mir zu viel. So. Warum setzen wir denn nicht die Einheimischen für diesen Zweck ein? So Freunde, meins. Erobere die Hügelruine und die Südklippenruine. Ja, ich mach beides. Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen. Eroberte eine nähere Festung zurück. Jetzt tun wir auch noch so, als ob wir gut wären. Voll krass. Aber. Das war nicht so nett. Ja, so richtig gut. Oh, da hab ich gefailt, da hab ich nicht richtig gedreht. Attacke. Wo ist der Kommandant? Da. So, Hügelruine wurde erobert. Die andere nehme ich auch noch mit. Komm. Hügelruine ist offen. Achso, die ist ganz offen. Okay, ich dachte jetzt. Ach, die Musik ist so toll. Sollen wir da was drin? Was von großem Wert ja auch ein paar Robine ist. So geil. So. Die Tür ist hier aber zu. Die ist ein großer. So. So, du bist auch weg. Oh, ich geh zurück. Das stört mich, dass die eine Ruine jetzt zu ist. So, da liegt noch Material. Die Truppen des Bösen sind auf die Truppen des Wolkenhorts gestoßen. Ja, hi. Wir sind hier, um euch zu helfen, mit diesem Demo einen kürzen Prozess zu machen. Natürlich. Vielen Dank. Wir sind hier jede Hilfe dankbar. Oh, das war ein böses Geräusch. Wer kam da jetzt? Die Truppen des Bösen verbünden sich mit den Truppen des Wolkenhorts. Ja, das ist natürlich voll gemein, oder? Ich empfehle dir, das Besiegen des Riesenmonsters zur obersten Priorität zu machen. Dann mach das, Fai. Jawoll, Attacke hier. So, was ist da? Ach ja, die sind ja hier so kacke. Fai darf nicht fliehen. Das ist natürlich, äh, das war ja beim normalen Level auch schon so. Wo ist der jetzt geplatzt? Da. Er stellt sich dem Dunkelfürsten. Gerahim, ich hab's nicht gelesen. Es tut mir leid. Auf jeden Fall ist Gerahim da. Gerahim rückt Richtung Hauptquartier vor. Das ist sehr nett. Feuer! So. Er kontrolliert also dieses Riesenmonster. Wir müssen ihn aufhalten und unser Hauptquartier beschützen. Ach so, das Riesen-Schwarze Vieh ist hier wahrscheinlich. Vorsicht, Gerahim rückt Richtung Hauptquartier vor. So. So. Er kommt. Mach' ihn platt. Ist ja kein Ding. Warte mal. So. Ich möchte aber erstmal hier, dass er besiegen. die rein ist hier den treffe ich jetzt gar nicht und auch er will getroffen so wie er jemals geht der auto gleich wieder ab wie beim letzten mal du kriegst mich nicht hallo auf mist für den letzten schlag hat es nicht gereicht muss hinter ihm immer hinter ihm bleiben nein aus und tschüss es hat nicht gereicht ist es denn wahr ich fühle eine seltsame aura in dieser zauberin aber das kann nicht sein so fünf herzen die riemann hat sich vorerst zurückgezogen dankeschön so was ist da unten was kommen da für dicke gegner kann ja gar nicht angehen was die soldaten hü Praxis was ist florz So, tschüss So weg Ja, sehr gut Wir siegen den Verbanden Okay, das kann natürlich ein bisschen enger werden Ich hasse den Verbanden Den habe ich in Skyward Sword schon gehasst So Mal hier Platz hier Ist da eine Kiste erschienen? Ne Oh, da ist er der Verbande Der rollt da hinten so im Hintergrund rum Die blocken hier mit ihrem Kackschild immer alles Das ist mal richtig mies So, weg mit dir Ein Stahlmeister Besiegt So, oh, da ist er ja Was ist hier los? Der kommt ja gerade angekrabbelt So, einmal hier durch die Fußnägel Haben wir da jetzt alle Fußnägel erwischt? So Haben wir da noch die Fußnägel hier? Haben wir jetzt alle erwischt? Jawohl Jawohl Jetzt zum Drachen, komm Und mach Attacke Oh, das macht gar nicht so viel Dafür dauert das viel zu lange Jetzt wachsen ihm wieder neue Fußnägel Was macht er? Ich sehe gerade nur sein inneres Danke-Spiel Wachsen die jetzt mal noch? Dankeschön Aua Okay Ja, das hat mit Link ewig gedauert damals Warum schaffe ich das mit Volga so gut? So So Kommt Schön draufhauen Schön drauf Das wird nicht reichen, aber okay Ich habe schon viel Schaden gemacht Oh, ich muss weg Der krabbelt ja wieder Sehr nix Dober verbannter So, lasst ihr mal die Dinger wachsen Danke Oh, das macht er ja tausendmal Was soll das denn? Kann das mal aufhören? Aua Oh, weg So Immer mit seiner Fußnägel hier Warzen So, du noch So Für die Monster auch nicht hier zu ihm hinkommen Oh, das war es jetzt Zumindest fürs Erste Oh, es reicht nicht mal ansatzweise Was ist das denn für den Scheiß? Ich dachte immer, es muss mehr Schaden Oh, er krabbelt wieder Weg, 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 weg So Jetzt rastet er wieder aus Ich hole mal das hier, damit ich wenigstens einmal A drücken kann Das ist nämlich ganz geil für die Was ist hier los? Was hat der mit mir gemacht? So, einmal da durch Habe ich alle erwischt? Habe ich alle erwischt? Wie gut, wie gut war das denn bitte? So, einmal Feuer reingeballert Okay, weg, er krabbelt, aber ich kam nicht weg Nein, hör auf, hau ab Ihr geht mir ganz schön auf die Eier hier Alle weg So alles mal Oh, das hat den Okay, krass Weg Ich glaube ich habe alle Oh Wie schnell das immer geht Voll heftig Hallo, ich sehe nichts Danke Ich bin irgendwie durch und durch Jetzt ist er weg Dankeschön Aber das Spiel ist noch nicht vorbei Weil Gerahim kommt ja noch wieder Ja, sag ich doch So Da können wir was erobern Ich habe euch wohl unterschätzt, verehrte Zauberin Ich bitte hiermit meine Dienste an Ach, auf einmal Ich glaube nicht, dass das stimmt Jetzt müssen wir gegen Fall kämpfen wahrscheinlich Sich so einfach zum Diener machen zu lassen Welche Rückgratlosigkeit Huch, alles gehört mir Die Dämonen haben wir damit unter Kontrolle Die anderen brauchen Hier brauchen wir nicht mehr Attacke Die Truppen des Bösen stellen sich Die Truppen des Wolkenhorts Und jetzt wird die Musik aussehen Zia darf nicht fliehen Das Hauptquartier darf nicht fallen Ja gut, hier ist doch Fall Irgendwo Da Fall zieht sie zum Hauptquartier Der anderen zurück Dann gehe ich da hin Ist ja auch kein Ding Eine böse Aura wurde der Zauberer entdeckt Sofort-Eliminierung Und wird dringend erfohlen Fai ist stärker geworden Das ist nicht gut Dieser Geist ist alles, was hier zusammenhält Ohne ihn wird die Widerschaft zusammenbrechen Siege Fai Ja, bin ich auf dem Weg Truppen des Wolkenhorts an Verstärkung halten Fest und des Truppenhorts sind offen Ja, da bin ich doch schon mal richtig Hi 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 Fai Alter, die ist bunt Die macht bunten Stuff Oh, was Alle weg hier Boah, wie schnell Fai Energie verliert Ist richtig heftig Oh, ich gehe in die falsche Richtung So mehr oder weniger Aua Warte mal, du hast noch Magiefläschchen Warte mal, warte mal Ich habe da nämlich ein Problemchen So, jetzt aber So, Feist glaube ich weg Ja, wir haben gewonnen Fai ist tot Juhu Fai wurde besiegt Jetzt gehört das Land in den Wolken mir Das ging schnell Erlaubt mir diese Welt für euch zu beherrschen Ja, hast ja dein Ziel erreicht, ne Du Geier Die Wahrscheinlichkeit für das Erscheinen des Helden beträgt 100% Ich werde warten Ja, toll Dann warte du mal Fai So, das ging schnell Ich sehe jetzt auch keinen Grund Die anderen Sachen zu erobern Weil wir ja eh keine Skulltulas oder Kisten bekommen dadurch Weil das ja alles hier nicht existiert Und dieses hier Was eigentlich schade ist Kennen wir schon So Müssen wir nicht wieder angucken So 10 Minuten 13 Ist eine kurze Folge heute Es tut mir leid Wir sehen uns dann im nächsten Oh, Heiliger Heiru-Schild Feist Stiefel Zwei Stück Schuppe des Verbanden Sehr gut Das ist gut Gut, dass wir das alles bekommen haben Okay Ich würde sagen Im nächsten Park geht es dann weiter mit Das verlorene Licht Mit Ja, komm Dann nehmen wir mal wieder Sia Ich werde Sia aufstufen Weil die Folge so kurz ist Werde ich Sia jetzt hier aufstufen Wenn es geht Das geht sogar Skokirischwert 3 Und das können wir auch noch aufstufen Dann haben wir einen schönen Kombo-Angriff So Können wir hier auch noch was machen? Ne Bei Volga oder bei Pyroma noch was machen? Ne Warte mal Wir haben glaube ich noch ein paar Zepter Die wir vielleicht kombinieren können Gucken wir mal was ist hier Waffenkammer Stärken Ne, wir haben nur Achso doch Ja ne, haben wir nicht Schade Schade Können wir sie denn hochstufen? Ja, wir können sie hochstufen 16 Damit der Angriff ein bisschen höher ist So Kann sie jetzt in der Medaillenschmiede was machen? Ich vermute manchmal, dass das nach Level geht Aber ich glaube Je nachdem wie der Level des höchsten Charakters ist Geht noch mehr Okay Dann war es das mit der Folge Wir sehen uns im nächsten Part von Haru Warriors In der Ranel-Schlucht Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Outro Outro Last 風 一 Mein Also Untertitelung des ZDF, 2020